Mikey, let's go. Was denn? Das ist Holz holen, das Restliche. Das reicht doch. Mike, unten ist Holz, das wir holen müssen. Ja, aber das reicht doch. Das reicht doch aber wirklich für heute Abend. Das glaube ich jetzt echt nicht. Boah, warte, ich komm, warte, ich komm. Wie unnötig, Alter. Nein, das ist nicht unnötig. Wir haben Aufgaben, Mike, und du bist dem Chef. Ja, aber das reicht ja locker. Das geht nicht um Reichen. Wir bekommen eine, weißt du, wir bekommen Holz, wir sollten es mal hochbringen alles. Unnötig, jetzt das Holz holen, das Bau noch geliebt. Du brauchst jetzt echt nicht meckern. Das ist aber unnötig. Nein, das ist nicht unnötig, wir haben Aufgaben hier. Lass uns die mal irgendwie gescheit erfüllen. Es geht nicht um genug, wir bekommen eine Menge und die sollen wir mal nach oben bringen. Es ist echt nicht viel verlangt. Es gibt Pflichten, ne? Es ist aber echt unnötig, weil es reicht. Unnötig finde ich es nicht, weil auch gerade keine Schlafenszeit ist. Das Bett wird nicht wegrennen im Endeffekt. Das hat mich echt ein bisschen verärgert, weil das nicht das erste Mal war, wo ich so dreimal drum bitten müsste. Ist Holz noch unten, Lucy? Ja. Ich will gleich einmal holen. Do that, Maike, Maike. Komm, Teamchef. Also, doch nicht. Was denn? Ich dachte, du holst es. Ich alleine. Ja, klar. Wir gehen gleich zusammen viele Hände, schnelles Ende. Wir haben einen Kennzelspruch. Maike, sollen wir? Nein, lass direkt zu dritt gehen. Maike, jetzt? Lucy. Wir machen das gleich. Wir machen das gleich. Du, wie kannst du mal mit Gleich leben, Mann? Wir machen das gleich. Machen wir eine fünf Minuten, machen wir mal in zehn Minuten. Das braucht man jetzt nicht machen. Lucy, warte doch. Wir machen das doch gleich. Boah. Boah. Lucy hat ja auch ein Hotel. Ich glaub, zwischenzeitlich kommt dann hier die Chefin raus. Manchmal ist halt vielleicht ein bisschen zu viel.